So'n kleines Easter Egg, glaub' ich. Das bei... Ja. Wuhuhuuu! Hehehehe! 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 Cyber, ich mach dir voll an unterm Hintern! Oh yeah! Das war's gut! Hehehehe! Ihr nur so krepp Papier als zu netten Papier, also sag nichts! Harte Mann, haute Sachen! Ich meine, du, das Ding geht hier einfach rum! Ah! Aber hier bist du auch, hier bist du auch schön ungestört! Oh yeah! Na, ich glaube, Moment! Ah! Ich glaube, ich weiß, wer das dem gehört! Welche Fahrer davon! Theoretisch mal, weil so bitte, ne? Heine, du hast eine extrem lineale Orientierung, das weißt du, oder? Hehehehe! Ich kann einfach nur Karten gut lesen! Karten? Was'n Karten? Kann man das essen? Ich glaube nicht! Schmeckt schlecht! Wo muss ich hin? Ah! Oh! Ja! Stimmt, ja! Der Speicher! Und Freak? Wär's mit PH, würd ich mir Sorgen machen! Wenn's Freak mit PH wär, würd ich mir Sorgen machen! Wieso? Ah, stimmt! Er spielt ja kein LOL! Ihr kennt Freak nicht! Das ist jetzt ein neuer Scha? Champ? Äh, das, das ist ein Spieler, so ein... Overpro! Ach so, ein Obersucht! Sie sucht die! Warum kehrt's nicht mit? Bist du nur durch, oder was? Ich hab doch gerade eben einen getötet! Jetzt kommen sie! Jetzt stehen wahrscheinlich 20 Landsoldaten draußen! Äh, äh, äh! Mehr! Hey, sexy lady! Uh, 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 uh! Upa Gangnam Style! Schlacker, 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 Schlacker! Opa Gangnam Style! Opa, you damn shud, Schlacknam Style! Äh, mal gucken, was brauchen wir noch alles? Computer, Raketen! Yapp, boy! Hoppla Panda Style! Woah, Death Wizzle! So! Eber müssen halt! Ich weiß nicht. In Flammen aufgehen. Hast du was zu sagen? Nein. Nein! Ich war want Menüs. Nein! Ich war want Menü! Ich war want Menüs. ... ... ... ... ... immer noch mehr Trollen und Mauer und Mauer und Mauer und Mauer und Mauer und Mauer und er ist schon aus dem Kronen von 1 was online er hat ein Bett zeigt wie es ist er hat das Geld als kommt auch aber er kann jetzt diese ganzen Leute von der gesagt hat sie kommen werden ein Mann wo ist meine Karre ich hab die eindeutig hier geparkt ähm wie man wo ist mein Auto ey Mann wo ist mein Auto ich hoffe man ist ein schön schöne Karre hey Herausforderung abgeschlossen Größe ist wichtig oh yeah die Stammslänge ist besser die Verlust auf den Führer auf den Größe ist wichtig hey hol dir eine eigene Karre oder sei deine eigene Karre Springer war darunter im Auto einfach geradeaus gibt Gas auf die Miete verdammt ein paar Kugel geben ein aber noch mal ruhig der Karte entlang muss geradeaus weil das eben in Sprengkopf also für später das Ding hat Speed drauf das ist geil so jetzt links links und immer der Autobahn hier folgen ah ja oh scheiße Schreiter bloß weg hier und da vorne hochfahren links oder rechts rechts gut du fährst drauf um runterzufahren kann sein dass ihr zwölf Schreiter hinter euch habt gefühlt es sind offiziell zwölf Streiter kann passieren kann passieren muss aber nicht die sind gerade auf dem Weg hierher gewesen sollen sie doch jetzt kommt sie stehen stehen hinter vor uns auf einmal also ich würde sagen wir gehen nach Sanctuary oder wo das auch jetzt gleich ist also wo wir gleich hin sollen und hören mit der Aufnahme auf eins die von T-Bone Junction sie schießen mit Platzpatronen wotde fuck die 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 von die 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 sie sie schluss schluss die schluss 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 um anny ja, wir kriegen Gesellschaft von wem? von mir erstens ist Robots und zweitens hinter uns äh, von uns war nicht äh, lass mal gucken, ich schau mal guck mal, da ist ein... ich glaub irgendwie ein Problem... ich glaub, es wird ein Problem geben ich glaube, wir sollten die Karre wechseln Endcourt! Warum? Warum? auf dem schwarzen Brett in Timo & Junction sind neue Missionen warum wäre eine Werbekompetenz für das Ding? Ich war nicht weiter! Sollten wir... sollten wir vielleicht die Karren wechseln? Warum? Spiel da echt raus! Alter! Warum ein Potenz, bitte! Weil sie's können! Na, stürmen auch wieder! Oh man, ich wechsle noch mal das Fahrzeug, sicher, sicher! Hallo! Pink Lady ist wieder anwesens! Pink Big Lady! Pink Lady ist ein Apfel, du Pfosten! Du hohle Nuss! Ein Gorge! Und sie schießt das Heidrohr! Oh Gott! Ich kann nicht mehr! Oh! Hallo! Ich hab' ein Freund! Roadkill! Und... Verlob! 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 Ich weiß nicht, dass es gerade ein paar Verstärkungen gab! Haben wir jetzt gerade eine Durchfahrt irgendwie bekommen, oder? Ja, wir können jetzt auch einen Schlag durchfahren! Juhu! Freibahn! Freibahn mit Marzipan und so! Aber der Spruch von mir für ein Potenzmittel! Verlob! 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 Na komm, jetzt haben wir einen zweiten Spot! Noch eins weiter, das muss unbedingt noch... Das muss doch sein. Ähm... Oh oh, Lancer! Weiß. Ex-Lancer. Noch ein Lancer. Wo? Vor uns. Oh scheiße, ich fahre doch mal ein bisschen, äh, die Droh auf. Damit verhalte ich, wenn die kein vorbeikommt. Weil wir... Möchte man einfach nicht kämpfen. Scht! ... 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